Zeit begrüßt in der neuen Folge Panzer Zombies, Garden of War 2 mit dem Standard Wicht und der Krone auf dem Kopf. Und ja, auf der Map Hoar Meister 9 selbstverständlich. Und ein toller Bug hier. Oh, da wäre nur ein kleiner Grafik Bug. Die Bug sind ja nicht so schlimm. Ui, voll vergessen, dass hier keiner so drauf hat. Ah, da ist schon mal ein Down. Huch, wo willst du denn hin? Kleiner Schnapper, du. Was ist denn los mit dir? Was ist denn los mit dir? Okay, was ist denn los mit mir? Soll ja mal, okay. Ja, sagen wir mal nix zu, ich bin ins Wasser gefallen. Kommt vor. Ach, in den besten Familien. Etc, etc, etc. Alter, wir haben schon 20 vor 9. Viertel von 10. 10 vor 8 haben wir. Alter. God, uhrenlesen ist echt nicht mein Meisterwerk. Richtig schlimm. Richtig schlimm. Oh, God. War schon ein bisschen schwach. Nur ein bisschen. God, uhrenlesen. Ja, was wollte ich sagen. Ja, wir haben schon 10 vor 8. Wir sind schon extrem spät eigentlich. Alter, stirb doch einfach mal bitte. Oh, Mann. Ja, es ist nur noch spät. Nehmen wir erst nach Hause kommen. Ich spiele hier zwei Runden. Ich hab zwei Runden gerade gespielt. Ja, auf der Mondbasis. Guck's auf die Uhr. 10 vor 8. Wir werden eben gerade mal 18 Uhr. Halb neun. Ungefähr. Na, nach, komm schon. Ich wusste, dass ich das Schlaggertrott noch... Also, ich hab das Schlaggertrott vergessen. Ja. Ich hab mich daran gedacht. Ich hab die Kartoffelnmin zerstört. Das war wichtiger. Ja, ich hab doch von mir ein Wahn, aber wichtiger. Ich will gerne da hochhüpfen. Kann ich das als Licht? Wahrscheinlich nicht unbedingt von der Seite, ne? Ist ja einfach mal gar nichts. Ich schieße einfach mal irgendwo hin. Alter. Ich hab mich einfach fast nicht getroffen, ne? Also, fast gar nicht. Ich hab wirklich fast gar nicht getroffen. Ich hab 35 Schuss. Die sind einfach so schnell weg. Warte mal, kommt das so vor, als würde der einfach mal zwei Schlüsse zählen. So schnell, wie die Munition leer geht, ist er zu Brunnen, zu Brutz oder da? Wieso laufe ich denn zu Fuß? Den ganzen Weg. Ich hab' was er eben nicht gefahren ist. Das ist ne Zen-Kackteer. Ach komm schon, da war ne Miene. Die hab' ich gar nicht gesehen. Ist ja des Wahnsinns. So, wo kommt die jetzt mal? Ich find' den Suit rufen eigentlich. Nee, kann ich nicht. Weil der Boden so uneben ist. Das ist so lächerlich. Der Suit, äh, der Boden ist uneben und somit kannst du keine... Ähm, ja. Ja komm, scheiß drauf. Gehen wir uns mal raus. Machen wir den hier. Ha! Wollte wohl jemand flüchten, was? Mist. Hm, einfach durch die Kurschlacke laufen. Gibt's ja gar nicht. Was für ein... Huch! Das ist ja nicht hängen geblieben ist. Wundert mich. Ein kleines bisschen. Okay, hoch! Ich bin da reingesprungen. Ich dachte, es wird abgebrochen. Ich hab' die vielleicht wieder abgebrochen. Der führt die einfach weiter aus. Okay. Wieder was gelernt. Was sinnvoll ist fürs Leben. Weil wir sonst ja nichts lernen, ne? Da wenigstens sowas hier. Oh, kurz, der Stachelkott weg. Na, den ich's machen. Da hat eh keiner da, hab's das Gefühl. Einer aus dem Garten. Na, noch einer. Wo sind die da? Ah, da ist einer. Genau, der trifft mich noch. Ist der tot? Ne. Aber jetzt. Oh, mein... Ding eingenommen. Der Typ hat oben ohne Sound geredet. Ach, komm schon. Der meiste wär meiner gewesen. Als ob ich ihn nicht überleben können. Durch den Feuer schaden. Hä, wie ist denn einfach alle... Beide überleben? Ne, ich hab' die Vorlage bekommen. Für den einen. Weil es ist die Vorlage. Nur ne einzelne Vorlage. Ich find' ne... Schwerkran hat ne Vorlage oder sonst irgendwas. Einfach nur... Ganz lächerlich. Eine Vorlage. Hä? Also... Das erklärt einiges. Ich hab grad grad die Granate geworfen, aber... Abklingte Zeit, welche wieder gebliebt wurde. Ich bin so durch, manchmal momentan, ne. Ich hab' einfach gar nichts. Ich komm' einfach nach Hause und geschlafen. Eigentlich. Mehr kann ich momentan nicht machen. Gefühlsmäßig, ja. Ach, komm schon. Ohne Fähigkeiten, du Lulatsch. So. Tadadah. 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 13.000 Kills? 13.000 Kills? Ich sollte auch mal zu reden. Ich hab 13.000 Mönzen geholt. Bei drei Gärten. Das ist einiges. Das ist ziemlich viel. Normalerweise holst du äh... 20.000 bis 35.000 Mönzen eigentlich in einer Runde. Komplett. Ich hätte bis zum Schluss wahrscheinlich eh nur 30.000 bekommen, wenn ich zurückgekommen wäre. Irgendwie keine Ahnung. Das müssen Punkte, irgendwas müssen Verhältnis irgendwie. Schon ziemlich äh... kurios zwischen durch. Da bin ich dir gut entkommen, was? Ach komm, da hat noch der Typ mit drauf geschickt. Das war unfair. Das war ganz fair. Das 1 gegen 1. Da denke ich jetzt. Habe ich dir gegeben. Was? Als Rache? Ja? Dabei hattest du Hilfe bekommen. Idiot. Das war zu 50% das Lebensverloren. Noob. Was kannst du überhaupt? Nichts. Sag ich doch. Sag ich doch. Nichts kannst du. Was machen wir jetzt hier? Bisschen chillen und so, ne? Daneben. Nein. 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 Ach komm schon. Da war so ein Freakill. Alter. Du willst einfach nur auf die Jagd gehen nach einer einzelnen Person? Weißt du? Da muss ich irgendwer einmischen. Irgendwer. Oh. Oh. Sehr gut. Lauf noch rein. Genau. Trämmen wir mal nicht. Ah, ich bin im Garten. Kannst du ein bisschen einnehmen, wenn ich schon mal hier bin. Mal weg. Danke. Und meiner. Ah. Eigentlich ist das dort zu beigetragen. Zum Game. Wenigstens ein bisschen. Auch wenn nicht viel Magic Socke. Heißt das Socke? Heißt das Socke? Heißt das Wort Socke? Heißt das Socke? Von der anderen Sprache ebenfalls Socke? Oder? Ist das einfach nur so sinngemäß? Vor allem sinngemäß. Momentan? Was heißt momentan? Ich bekomme andauernd irgendwelche Freundesanfragen von irgendwelchen Leuten, die ich kenne. Ja. Die noch nicht mal als Deutsche sind. Noch nicht mal als Deutsche sind das. Ja. Nehme ich nicht mal an. Leute. So was nehme ich nicht mal an. Hab ich keinen Bock mehr drauf. Hab ich keinen Bock mehr drauf. Weil die Leute. Weiße. Ich schreibe mich ja nicht nur an. Ach ne. Die laden mich ja nicht nur an. Sondern schreibe mich vielleicht sogar noch an. Und sind dann plötzlich in meinem Hinterhof wenn ich irgendwas machen will. Ja. Sind einfach plötzlich in meinem Hinterhof. Einfach so. Kommen die da an und geh nicht weg. Und trollen da oben wie es auch aussieht. Weiß ich nicht. Ah ich kann nicht. Ah. Ah. Ist mit Silvflame hier rumgelaufen? Ungefähr. Ah. Ich war jetzt dann tot. Ich war jetzt sofort tot. Ah. Ah. Nein. So viel Abklingzeit drauf. Ne. Logisch. Ne. Doch nicht. Okay. Okay. Jetzt aber. Komm. Der war. Der war okay geworfen. Eigentlich ziemlich gut geworfen eigentlich zu sein. Zitrone. Zitrone Eliminator. Mission erfüllt. Halt Steine. Fünf. Drei Sterne. Na komm. Scheiß drauf. Ich hab nichts zu verlieren. Hab ich gehört. Kommt mal rein meine Freunde. Fühlt euch wie zu Hause. Läuft er hin? Wo ist der hängelaufen? Der kleine Zombie. Aber stattdessen den Garten erobert, läuft er wieder raus. Ich dachte hier jetzt auch so programmiert, dafür in den Garten zu laufen und ein Ding einzunehmen. Ich dachte hier jetzt auch so programmiert, dafür in den Garten zu laufen und ein Ding Ich dachte hier jetzt auch wieder irgendwo hin zu laufen. Leute Deppen. Mit dem zusammen hätte ich das schaffen können. Das wäre nicht komplett, aber ich hätte es schaffen können. Logik. Also schützt mich. Hallo. 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 Hey. Wunder, Bona. Ich hab den nicht gesehen. Ich hab den nicht gesehen. Hoch. Welte Taste? Was ist denn auf E? Gar nichts. Wieso ist er denn grad gesprungen? Hab ich am Le does gedrückt? Weiß ich gar nichts von. Ich weiß nicht, wie ich das auf Letters gedrückt habe. Ich habe wieder eine Burne. Ernsthaft? Ich habe die Schmierer nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, wo die war. Ich wurde eben in der Letters-Runde zu mir rübergeportet. Beim letzten Mal. Ich habe mich einfach weggekramt oder sonst irgendwas. Haben wir alles schon erlebt. Haben wir alles schon erlebt. Überlebt. Überlebt wahrscheinlich nicht. So. Vorlage und Kill gleichzeitig. Ich liebe es. Wie kann ich eine Vorlage kriegen, wenn ich einen Kill gemacht habe? Das mag ich nicht verstehen. Habe ich mir selbst jetzt eine Vorlage gegeben? Oder ist das keine Ahnung? Ist vielleicht besser so, wenn ich es nicht verstehe. Da komme ich nicht mehr zur Vorlage. Ich mache bei einem sechs Schaden, kriege ich eine Vorlage, bei dem mache ich 20 Schaden und passiert nichts. Ach, ich wollte gerade noch hochspringen zum Eis-Ding. Ich habe da war plötzlich bei mir. Ich wollte halt noch genug Zeit. Ich wollte auch für mich nur zu entsorgen und dann drauf. Ich würde gerne mal aufpassen. LOL. Sein Ernst? Er hat sich überall die Schlucht geschafft. Alter. ihr kriegt mich was ist denn hier? Loll. Kein Ernst? Loll. Was hat der da unten gemacht? Auf was hat der gewartet? Wer auf Anhoch gekommen ist oder so? Keine Ahnung. Die Abklingzeit. Aber trotzdem. Wenn ich meine Schwerkraft an der Vorlage gemacht hätte, wäre ich tot gewesen. Wäre er auf meiner Höhe gewesen. Wäre er vor meiner Nase gelandet. Mit der Schwerkraft-Granate. Die Vorlage wäre danach gekommen. Ich fahre einfach die Bohne raus. Weißt du, für eine einzelne Person diese riesige Bohne, die einfach mal ultra lange braucht zum explodieren, aber wirklich ist echt krass. Aber ich bin einer der wenigen, der es bis jetzt in den Garten geschafft hat. Die Kartoffelnmine? Dein Ernst? Was ist manchmal? Liegen die Kartoffelnmine an den unbüningsten Orten? Ist einfach Tatsache. Ist einfach Tatsache. Ich könnte nichts mehr in Ruhe machen momentan. Das sind wirklich sehr kuriose drei Monate. Ich bin nicht überfordert oder so. Ich bin einfach nur... Weiß nicht. Ist halt leicht übertrieben, das ganze Spektal. Also nicht übertrieben, aber... Ja. LOL. Das hat ja alles überlebt. Was ist der Feuerstabler denn alles überlebt? Äh... Wie soll ich sagen? Einfach... Ne, aber für nichts mehr Zeit. Wäre nichts mehr. Da wird einfach mal eine Runde spielen und dann... Einfach schon eine Stunde rum. Dann kann ich schon ins Bett gehen. Und dabei sind die Arbeitszeiten ja noch human. Wirklich total human. Ja, sind zwar acht Stunden, aber acht Stunden ist voll okay. Weil andere haben sieben Stunden. Äh, sieben. Zwölf Stunden. Zwölf Stunden. Ja. Das müssen wir überlegen. Würde ich jetzt hier schon arbeiten. Ich könnte gar nichts mehr machen. Gar nichts mehr. Aber wirklich. Nichts mehr. Ich würde noch nach Hause kommen, essen, schlafen. Ja, aber das genau... Das, wo man dann am Ende landet. Wo man nicht landen will. Ja. Arbeit... Arbeitsleben. So gesehen, aber... Aber was... Ähm... Wo sind da... Wo hast du noch dann... Dann das, was eigentlich... Wofür du da bist. Ja. Das ist einfach so... Ja. So... Das ist schon fast menschenverachtend fast. Für diese... So kuriosen Arbeitszeiten. Also... Wer wirklich... Nur noch arbeiten geht und keine Zeit mehr hat für irgendwas... Das ist schon... Das... Das ist schon... Äh... Menschenverachtend. Ist einfach Tatsache. Zu früh. Zu früh. Aber der... Hat mir dafür das Ding reingedrückt. Das macht ja... 250 Schaden, glaube ich. Und das ist Ultra. Okay, aber im Shooter weniger. Im Shooter 100 oder sowas. Weil du nur 350 Leben hast. Machen die 100 auch schon viel aus. Loll. Ah, vier Leute da drin. Vier. Fünf. So. Ich hab das wirklich gemacht, Wicht. Für dich. Für dich. Nur für dich. Aber ich bin gut aufgestiegen. Vom Level her, mein ich jetzt. War nämlich Level 1 gewesen am Anfang. Loll. Einfach da weggezogen. Einfach so. Einfach so. Ganz schön, äh... Der war scheiße. Der läuft noch rein. Ach, jemand anders läuft rein. Okay, der hat mich hart erwischt. Ich hätte dich nicht so richtig ausweichen können. Einfach gucken, wie viele Kills ich habe, wo ich stehe, aber... Keine Lust. Manchmal macht's mehr Sinn, abzuwarten. Ja, und überrascht zu werden. Ja, schade. Ja, vorher meist schon... Also, Feuer ist allgemein ziemlich hart. Und Gift. Ziemlich hart. Für Wichter. Aber das eingefleschter Wichtspieler... Ja. Weil ich sowas auf Anhieb. Ist auch logisch. Beteiligen aber ziemlich gut. Muss man den lassen. Ich hab's gedreht. Ich hab's gedreht. Ich hab's gedreht. Ich fang mit meinem Kopf im Sand, würde ich grad sagen. Im... Im Schnee. Mit dem Eis. Man weiß nicht. Loll. Ist ja immer noch gedreht. Ist gar nicht zurückgedreht. Bin ich wiederbelebt? Ich würde das Ding drehen. Warum... Warum ist da überall wiederbelebenszeichen? Wenn da... Da liegt eine einzige Person. Aber trotzdem nur wiederbeleben. Das ist hart. Wir müssen jetzt glaub ich... Zwei Stück. Oder alle drei erobern. Um noch zu gewinnen. Ah... Ist vorbei. Am verloren. Verloren habt ihr. Ihr Versager. Ihr habt verloren, ihr Versager. Guck mal, er atmet schon. Er riecht schon die frische Luft. Er riecht sich schon. Und da stehe ich. Ich glaub, kann für den keine Gesten... Ich hab für niemanden Gesten eingebaut. Umgehen. Weil es mir zu blöd ist, für jeden einzelnen alles einzustellen. Genau. Ich? Und ich? Was hab ich? Nichts. Nichts. 24 Vorderang, R36. Serie 8, R27. Kills 40, R50. Ich hab NICHTS erreicht. In diesem Game. Nichts. Deswegen verabschiede ich mich. Für diese Folge. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.